Der Virus im The Walking Dead-Universum, auch nach mittlerweile elf Staffeln The Walking Dead, acht Staffeln vier The Walking Dead, unfassbar vielen Spin-Offs und auch noch kommenden Spin-Offs, wissen wir immer noch nicht hundertprozentig alles zu diesem, naja, tödlichen Virus, beziehungsweise diesem bedrohlichen Virus, der im Prinzip der Hauptgegner in der Serie The Walking Dead ist. Ich habe schon mal ein Video über den Virus im The Walking Dead-Universum gemacht, das Video ist aber erstens schon ein bisschen länger her, damit auch ein bisschen veraltet und vor allem ist dieses Video auch einfach nicht mehr so aktuell. Naja, wie es halt jetzt sein könnte, deswegen habe ich mir gedacht, setze ich mich nochmal hin und mache nochmal ein kleines, knappes, aber aktuelleres Video über den Virus in The Walking Dead. Und wenn ihr wissen wollt, wie der funktioniert, wo der herkommt, was damit überhaupt ist und ob es jemals eine Heilung geben wird, dann bleibt gerne dran und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, dieser Virus, der uns jetzt schon sehr, sehr lange am Hals hängt, zumindest in dieser Serie, der ist, wie gesagt, noch relativ unerforscht und nach wie vor wissen wir nicht so wirklich was darüber. Kommen wir aber erstmal zu den Dingen, die wir wissen. Der Virus oder das Virus, was sich übrigens Wildfire-Virus schimpft, ist zum einen menschengemacht. Ja, das haben wir im Finale von The World Beyond gesehen und auch mittlerweile wird es uns überall mehr oder weniger bestätigt, durch die Blume mitgeteilt, dass dieser Virus menschengemacht ist und seinen Ursprung in Frankreich hat. Ja, die Franzosen dachten sich, machen wir doch mal ein Virus. Aber es ist nicht, wie viele anfangs gedacht haben, als Biowaffe oder als Experiment oder irgendwas entstanden. Nein, der Virus hat sich durch einen Zufall oder durch, eher gesagt, einen Unfall an die Öffentlichkeit begeben. Bedeutet, es war nicht geplant, dass dieser Virus, so wie er hier ist, naja, überhaupt jemals den Menschen berührt. Naja, scheiße gelaufen, Frankreich, ne? Was wir auch wissen ist, das Virus tötet nicht direkt. Das Virus ist nicht der Grund, warum Menschen sterben. Es ist der Grund, warum sie zurückkommen. Denn erst bei Eintritt des Todes, von Menschen in dem Fall, wird das Virus aktiv und reaktiviert. Quasi die Zentren im Gehirn, die zum Bewegen und zum Fressen sind. Quasi die animalischen Instinkte im Menschen werden dadurch bewegt. Und dementsprechend ist es natürlich auch schade, dass die Leute halt wieder da sind, aber nicht sie selbst sind, sondern einfach nur eine tödliche Fressmaschine. Das Virus in sich haben ist nicht das Schlimme, es ist halt einfach nur eine dauerhafte Bedrohung irgendwie für einen, weil man immer aufpassen muss, dass man nicht stirbt und wenn man stirbt, dass halt dann das Gehirn abgetötet werden muss. Denn das ist ja bekanntlich die einzige Maßnahme, um den reanimierten, sag ich mal, dann wieder, naja, dem Erdboden gleich zu machen. Was wir auch wissen, das Virus entwickelt sich, beziehungsweise vielleicht nicht mehr das Virus selbst, sondern einfach die Walker. Ich denke eher, dass es nicht das Virus ist, was sich entwickelt, da sonst spontan irgendwann jeder auf dem gleichen Stand sein, also jeder Walker auf dem gleichen Stand sein muss. Und bis jetzt sehen wir immer nur vereinzelte Varianten. Nicht eine ganze Herde voll Varianten, sondern immer mal so ein paar Stück. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass die Walker mutieren, also der Virus in den Walkern mutiert. Und der letzte Punkt, den wir mittlerweile sehr, sehr stark wissen, ist, jeder Mensch ist infiziert. Wobei wir da gleich noch tiefer drauf eingehen, weil vielleicht ist auch nicht jeder infiziert. Kommen wir als nächstes mal auf den Punkt Übertragung. Wie überträgt sich das Virus? Warum überhaupt? Und dementsprechend auch, über was überträgt es sich? Denn der Virus muss übertragen werden, sonst könnte nicht die ganze Welt infiziert sein. Und die Frage ist, wie sich so ein Virus überhaupt überträgt. Das ist in den meisten Fällen, ja, halt entweder über die Luft, durch Körperkontakt, durch Kontakt mit Flüssigkeiten, halt Tröpfcheninfektion mäßig. Aber auch durch zum Beispiel Insekten oder andere Tiere kann sich sowas übertragen, muss aber nicht. Hier direkt bemerkt, wir sind hier in der Welt von The Walking Dead. Die Gesetze der echten Welt spielen da vielleicht nicht so eine große Rolle. Deswegen offiziell wird gesagt, dass im The Walking Dead-Inversum der Virus sich hauptsächlich über Luftpartikel, beziehungsweise halt direkten Kontakt überträgt. Rein wissenschaftlich betrachtet geht es halt auch auf andere Weisen, aber wir gehen hier halt nicht auf die Wissenschaft ein, sondern halt auf The Walking Dead. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich der Virus über die Luft überträgt, dann fällt schnell auf, ja, es macht Sinn, dass wirklich die ganze, ganze Welt infiziert ist. Weil das war eine Frage, die in den Kommentaren aufgetaucht ist, ob auch fernabwieglicher Zivilisationen lebende Menschen, heißt zum Beispiel irgendwelche Ureinwohner auf irgendwelchen abgeschnittenen Inseln, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist, ob die auch das Virus in sich tragen. Ich war anfangs der Meinung, nee, weil irgendwie müssen die ja in Kontakt damit kommen. Aber wenn wir natürlich, wie gesagt, davon ausgehen, dass das über die Luft übertragen wird, wird es schon schwer. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Luft nur teilweise den Virus überträgt, kann man natürlich sagen, okay, durch Mücken, durch überhaupt Insekten, durch Vögel, was weiß ich, könnte es übertragen werden. Nichtsdestotrotz denke ich, es wird hier und da Orte auf der Welt geben, die potenziell unberührt vom Virus sind. Aber die Annahme ist wahrscheinlich auch verschwindend gering in Bezug darauf, dass wir wissen, wie lange diese Apokalypse schon andauert. Und sind wir ganz ehrlich, irgendwann hat es auch wirklich den Rest der Welt erreicht. Ich gehe schon davon aus, es gab teilweise Leute, die das nicht bekommen haben, ähnlich wie der Astronaut in Fear the Walking Dead, der Glückliche. Aber mit der Zeit, denke ich, wird es sich einfach automatisch verbreitet haben und das auch unaufhaltsam. Einen wichtigen Punkt der Übertragung habe ich ja gerade schon gesagt, das sind ja Insekten, Vögel, allgemein Tiere. Im The Walking Dead-Universum gilt der Wildfire-Virus als nicht gefährlich für Tiere, weswegen wir auch keine Zombie-Hunde, Zombie-Pferde oder auch Zombie-Katzen sehen. Ich bin der Meinung, wir sehen gar keine Katzen in The Walking Dead. Verbessert mich, falls ich in dem Punkt falsch liege. Allgemein kann man sagen, die Tiere in The Walking Dead sind erstmal safe, so lang bis sie gegessen werden. Dann sind sie aber auch tot, einfach nur tot. Bedeutet aber nicht, dass dieser Virus sich über die Tiere übertragen kann. Heißt, ich habe hier einen Hund, nennen wir ihn Hund, so kreativ wie Daryl nun mal war. Der Typ hat das Virus in sich, ich schicke diesen Hund zu Person XY und der streichelt den Hund und dann kann es sein, dass der das Virus auch bekommt. Ob das so Fakt ist? Das kann man nicht sagen. Also es wird gesagt, die Tiere in The Walking Dead sind sicher vom Virus. Die Frage ist nur, ob sie in der Hinsicht sicher sind, dass sie nur Überträger sind oder ob sie ihn gar nicht erst bekommen können. Das sind so Sachen, das wird nicht hundertprozentig bestätigt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, sie können es übertragen, aber leiden halt nicht darunter. Gibt es ja auch im echten Leben. Ja und wie ich auch gerade schon erwähnt habe, diese Tiere, vor allem Pferde, die haben Pferde in The Walking Dead, sterben meistens dann durch, dass sie von den Walkern, naja, gesnackt werden. Und da kommt mir ein Gedanke, denn das sehen viele Leute immer noch falsch im The Walking Dead Fandom. Der Biss bedeutet nicht gleich tot, beziehungsweise man verwandelt sich nicht durch den Biss. Denn wir sehen ja vermehrt bei Urschel und auch bei Alicia, dass eine Amputation des gebissenen Körperteils, setzt im Fall, der Körperteil ist weit genug weg vom Gehirn, sagen wir mal, da sieht man, dass man nicht dadurch stirbt. Da bleibt aber die Frage, woran stirbt man denn jetzt dann wirklich oder warum stirbt man nach einem Biss von einem Walker? Das ist halt ganz einfach. Diese Dinger sind a. am Verrotten wie Sau und b. haben sie das Virus in sich. Bedeutet, mit einem Biss, wo Speichel in die Wunde eines Menschen kommt, ist man egal mit welchem Virus infiziert. Und das ist ja das, was Morgan auch, glaube ich, in einer Szene sagt. Bedeutet, man stirbt nicht direkt durch den Biss, sondern durch die Folgen. Bedeutet, man wird stinknormal krank, man bekommt einfach nur ein sehr, sehr hohes Fieber, was kaum, kaum bis gar nicht zu stoppen ist. Dann stirbt man, dann aktiviert sich der Wildfire-Virus, dann wird man zum Walker. Bedeutet, beißen nicht gleich Walker. In den meisten Fällen zumindest. In Bezug darauf stellt sich aber dann die Frage, was war bei Alicia das Problem? Denn sie hat augenscheinlich ja zu spät das gebissene Körperteil amputiert und hatte ja schwere Folgen vom Virus und hat immer die ganze Zeit gesagt, ja, sie wird sich verwandeln, das Virus ist in ihr drin, sie wird das Fieber bekommen und wird sich verwandeln, sie wird sterben, bla bla bla. Und am Ende des Tages ist es ja auch fast so der Fall gewesen, bis dann auf einmal der Cut kam und sie glücklich und munter war und vor allem auch gesund. Das nennen wir jetzt einfach mal Fear the Walking Dead Logik. Aber warum war es bei ihr so schlimm und bei Herschel so, naja, unproblematisch? Ich gehe einfach mal davon aus, die Umstände haben es hierbei ausgemacht. Denn Herschel wurde in einer halbwegs sauberen Umgebung das Bein abgeschnitten und er wurde auch direkt versorgt. Alicia hingegen war in einem Tunnel mit ganz viel Dreck, Schmodder und halt einer offenen Wunde da einfach so. Und da kann ich mir vorstellen, dass ihr schlechter Zustand nicht wegen dem Walker direkt kam, sondern wegen einem normalen Fieber, einer normalen Krankheit, was aber halt in der Serie nicht so dargestellt wird. In der Serie wird es ja die ganze Zeit so dargestellt, als wäre sie kurz davor, sich zu verwandeln. Wenn wir aber in die Richtung weitergehen, müssen wir auch bedenken, vielleicht ist es mit der Zeit einfach dazu gekommen, dass der Mensch ein leichtes Abwehrsystem gegen das Virus bekommt. Sprich, wenn ich gebissen werde, kann es sein, dass meine Verwandlung länger dauert, beziehungsweise nicht meine Verwandlung, sondern halt mein totes Zeitpunkt sich einfach nach hinten verschiebt, weil ich einfach länger durchhalte. Heißt, wie im echten Leben, je länger eine Krankheit in den Menschen ist, desto schneller oder mehr gewöhnen sie sich da dran und desto ungefährlicher wird sie am Ende dann auch. Natürlich nicht bei allen Krankheiten, aber bei vielen, sag ich mal, kleineren Wehwehchen. Bedeutet, in dem Fall einfach nach wie vor, der Biss tötet nicht, der Biss macht einfach nur sehr, sehr, sehr krank und wenn du vielleicht ein super krasses Immunsystem hast, steckst du das Ding vielleicht einfach nur weg. Die Wahrscheinlichkeit dazu ist halt, leider geht die halt gegen null. Ja, und wenn das Immunsystem nicht hilft, was bleibt uns dann übrig? Ja, eine Heilung und das ist wirklich, stand jetzt, das einzige große Fragezeichen im The Walking Dead Universum. Wird es eine Heilung geben? Was wird die Heilung sein? Und wird es überhaupt relevant in der Serie sein? Fakt ist, ja, man kann vorübergehend geheilt werden und zwar durch die Strahlentherapie, die June entwickelt hat. Wir sehen es ja am Sohn von Cherry und Dwight. Vorübergehend für einen gewissen Zeitraum war er geheilt. Es wird so beschrieben, dass die Strahlentherapie quasi den Virus so zurückdrängt oder mehr oder weniger die Krankheit so zurückdrängt, dass das Immunsystem von alleine quasi nicht so viel Kraft braucht, um dagegen anzukommen. Sprich, man wird einfach, ähnlich wie bei Antibiotika, einfach nur unterstützt. Das Immunsystem wird unterstützt und deswegen zögert sich das ganze Neichen raus. Natürlich, es war keine komplette Heilung. Leider. Nichtsdestotrotz war das ein Ansatz und ist auch einfach ein Ansatz für eine vernünftige, naja, Behandlung. Das ist so der einzige Fakt, den wir haben. Zwei Theorien, die es natürlich gibt. Die eine, die ich nach wie vor befürworte und die andere, die quasi sich daraus irgendwie ergibt, ist, dass die Kinder, die in der Apokalypse geboren sind, die Heilung mehr oder weniger sind, da sie automatisch durch die Geburt von zwei Personen mit diesem Virus in sich, durch diesen überschneidenden Faktor quasi immun sind, beziehungsweise das Virus bei ihnen nicht so anschlägt. Macht in den meisten Fällen auch wirklich Sinn, weil wir mehr oder weniger sehen, dass es Kinder gibt, die in der Apokalypse geboren sind und die stand jetzt noch nicht sich verwandelt haben. Und auf der anderen Seite gibt es halt Kinder, die außerhalb der Apokalypse waren, die sich augenscheinlich in Walker verwandelt haben. Über die Kinder Walker in The Walking Dead habe ich auch schon mal ein extra Video gemacht. Ihr könnt es euch gerne auschecken, weil da kam auch mal ein Kommentar zu einem Walker, der in Staffel 8, 9 oder 9, 10, 11 um den Dreh aufgetaucht ist, den Maggie getötet hat und der wäre vom Alter her ungefähr so gerade Anfang oder kurz, also gerade nach der Apokalypse geboren, würde es vom Alter her passen? Ja, ist richtig und ich habe mittlerweile auch die perfekte Antwort darauf. Man muss bedenken, nichtsdestotrotz überträgt sich ja der Virus mit dem Beißen von einem Walker. Heißt, selbst wenn ihr den Virus nicht habt und ein Walker euch beißt, ist der Virus drin. Das Ganze ist halt natürlich sehr, sehr schwammig und wie gesagt, in Bezug auf die Heilung wissen wir weder, ob es irgendwann eine Antwort gibt, ob wir sie überhaupt brauchen, ob es sie überhaupt gibt. Das wissen wir nicht und das sehen wir erst, wenn es soweit ist. Aber kommen wir zum abschließenden Punkt und das ist, ja, was ist denn die Auflösung in Universe? Und wie gesagt, das ist die Frage, kriegen wir sie überhaupt? Ist sie überhaupt wichtig? Meine Meinung, nee. Ich bin zwar Fan davon, wenn die Serie so enden würde mit einem Happy End. Wir wissen, was das Virus ist genau und wie man damit umgeht. Es gibt eine Heilung, die Heilung hat irgendein special Ding, vielleicht ist es Judith, vielleicht ist es irgendwas anderes Tolles, Lustiges und alles ist schön und toll und die Serie ist rund abgeschlossen. Wünsche ich mir irgendwie. Auf der anderen Seite passt es aber nicht so ganz in den Stil von The Walking Dead, weil in The Walking Dead positive Momente gegen negative Momente aufgewogen. Definitiv, es gibt wesentlich weniger positive Momente und wenn, dann folgen die direkter nach negative Momente, als es, naja, negative Momente halt gibt. Sprich, ich bin der Meinung, es ist nicht wichtig, ob es eine Heilung im Universe geben wird oder halt nicht. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich irgendwo Lazy Writing, wenn man sagt, okay, es gibt einfach nichts und die Serie verläuft sich dann so im Sand, wäre schade. Trotzdem muss man auch bedenken, Robert Kirkman sagt selber, der Virus, die Zombies, all das darum herum, die Krankheit. Es ist nicht wichtig. Es geht in The Walking Dead nicht um die Zombies. Herr See, es geht um die Menschen, die in dieser Ausnahmesituation leben müssen und sich dementsprechend anpassen müssen. Das war halt miteinander, zueinander, gegeneinander. Das ist das, was man halt auch schnell vergisst im Bezug auf The Walking Dead. Ich bin auch oft in diesem Gedankengang gefesselt, okay, die Walker, wie tötet man sie, wie hält man sie auf? Und am Ende des Tages ist das gar nicht die Story von The Walking Dead. Es geht nicht darum, wie wir die Walker aufhalten, sondern es geht darum, wie die Menschen miteinander in dieser Zeit leben und, naja, überleben. Heißt, selbst wenn wir nie eine Antwort darauf bekommen, was die Heilung ist, haben wir a, unendlich Stoff dafür, um uns Theorien zu machen, auch Jahre nachdem die Serie zu Ende ist, was eigentlich ein positiver Grund ist. Und auf der anderen Seite wird es auch dann nicht abstimmen, ob die Serie jetzt gut oder schlecht war. Denn ob die Serie gut oder schlecht war, steht und fällt in meinen Augen zumindest mal nicht mit der Antwort auf die Heilung. Schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung zum Virus in die Kommentare und auch zu der Theorie über die Heilung oder ob da überhaupt irgendwas kommt. Wie steht ihr dazu? Findet ihr es schlimm, wenn was kommt oder nicht kommt oder andersrum? Schreibt es gerne in die Kommentare. Am Ende des Tages können wir uns natürlich darauf freuen, wenn wir mehr darüber erfahren. Ich persönlich finde es auch weiterhin interessant, das Thema Virus und Walker und Entwicklung und vor allem die Varianten. Aber ich werde mich auch damit abfinden, wenn wir es halt nicht weiter ausgeschmückt bekommen oder beziehungsweise es uns naja selber ausschmücken müssen. Denn Fan-Theorien gibt es in The Walking Dead wie Sand am Meer. Und wenn wir schon beim Thema Fan-Theorien sind, blende ich euch doch hier mal zwei Videos ein, wo es um die interessantesten oder lustigsten oder besten Fan-Theorien im The Walking Dead-Universum ging. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es sowieso schon ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.